Hallo, hier ist Jana und willkommen wieder auf meinem Kochkanal. Es ist November und immer noch Kürbiszeit. Deshalb möchte ich euch heute ein Kürbisrezept geben, was super schnell geht und auch wirklich lecker ist. Und zwar Hähnchenschenkel mit Kürbis im Ofen. Also, kommen wir zu den Zutaten. Für die Hähnchen mit Kürbis im Ofen brauchen wir natürlich erstmal einen Hokaido-Kürbis. Dann brauche ich Olivenöl, eine Zitrone, dann drei rote Zwiebeln. Und als Gewürze brauche ich hier Kumin, also Kreuzkümmel. Und dann brauche ich Kurkuma und auch ein wenig Curry. Und zusätzlich Salz und Pfeffer und ein Chilipulver oder auch geschroteter Chili. Und zwar nicht scharf, also in diesem Fall süß. So, das wären die Zutaten und wir fangen jetzt an mit der Zubereitung. So, zuallererst werden wir den Kürbis schneiden und ganz am Anfang gleich den Ofen anstellen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. So, das war's. 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 So, die schwierigste Arbeit ist vorbei. Jetzt kommen die Zwiebeln. Einfach so in vier Teile teilen. Die größten Zwiebeln dann vielleicht in sechs Teile und dann ebenfalls in die Schale tun. So, wir haben jetzt so eine Ofenschale. Alles hineingenommen. Also das Gericht ist ziemlich einfach. Alles was wir haben, entweder schneiden oder in groben Stücken. Einfach in die Schale tun und das was wir jetzt einfach machen, wir machen das alles in dieser Schale. Deshalb geht dieses Gericht auch wunderbar einfach. So, jetzt kommt Olivenöl. Hinein unsere Gewürze Salz, Pfeffer und Chili-Pulver. So, dann haben wir noch Kreuzkümmel oder Kumin. So, und dann hatten wir ja noch unsere Gewürze. Curry. Vom Curry bitte nicht zu viel nehmen. Ganz wenig. Weil der Currygeschmack soll in diesem Fall nicht überwiegen. und von Kurkuma brauchen wir noch ein wenig. So, das macht die Sache schon schön gelb. Das passt sehr gut nämlich auch zum Kürbis. So, und dann einfach mit den Händen erstmal mischen. Also das Gewürz, das Öl, die Gewürze müssen so ins Hähnchen und in das Gemüse. So, hier nehme ich auch Salz, genau. So, und dann natürlich um die Sache ein bisschen schöner zu machen, können wir, wenn wir gemischt haben mit den Händen, nochmal die Hähnchenschenkel nach oben nehmen. Die Zwiebeln können ruhig unten bleiben, damit es einigermaßen schön aussieht. So, also die Zitronen ungefähr in vier Hälften teilen. Das sind unbehandelte Zitronen, weil sie mit Schale reinkommen. Ganz wichtig, dass sie unbehandelt sind. So, die kommen noch dazu. Einfach so ein bisschen reinbringen, die Zitronen. Und jetzt kommt alles in den Ofen. Der Ofen ist schon bei 200 Grad vorgeheizt. Und ungefähr, ja, 40 Minuten bis 50 Minuten wird es im Ofen bleiben. Also es kommt wieder auf den Ofen an. Ich stelle erstmal auch 40 Minuten ein. So, ich habe jetzt hier ungefähr eine halbe Stunde waren die Hähnchen im Ofen. Und jetzt hat sich natürlich die Sauce, also das Öl, nach unten begeben. Ich muss einmal kurz wenden, also einigermaßen. Und mischen, dass es also oben nicht zu trocken wird. Kurz wenden, also dass auch so die Hähnchen ein bisschen nach unten kommen. Und das Gemüse, was oben war, kommt jetzt einigermaßen nach unten. So, jetzt lasse ich noch 10 bis 15 Minuten im Ofen. Wenn ich also einmal wende, ist es besser. Also der Saft kann besser aufgenommen werden. So, die Hähnchen mit Kürbis sind fertig aus dem Ofen. Wie ihr seht, das sieht wunderbar aus von der Farbe her schon. Und die Hähnchen haben die Farbe und den Geschmack von diesen ganzen Gewürzen angenommen. Und natürlich selbstverständlich auch der Kürbis. Also das wird wirklich ein Geschmackserlebnis sein. Und der Vorteil bei diesem Gericht ist wirklich, es ist super einfach. Man muss nicht viel schneiden. Man braucht wirklich auch nicht so viel Geschirr. Man macht alles in einer Schale. Und man braucht sozusagen nur Kürbis und Hähnchen und schon kann man das Gericht machen. Also wenn alle Gewürze nicht da sind, würde ich das auch einfach ohne diese ganzen Gewürze machen. Also wenn ihr kein Kurkuma zu Hause habt, würde auch ohne gehen. Oder wenn ihr mal kein Kumin zu Hause habt, würde auch ohne gehen. Oder ihr könnt auch vielleicht mit anderen Gewürzen das Gericht ausprobieren. Und das ist also ein wunderbares Festessen. Wenn man Gäste hat, super einfach. Man erhöht einfach die Stückzahl des Gemüses und einfach des Fleisches. Und man hat ein wunderbares Gericht, was super aussieht von der Farbe her. Als Beilage dazu würde ich einfach empfehlen Kartoffeln oder auch Reis. Und geht auch ohne Beilage. Für die, die auf ihre Linie achten, einfach ein bisschen Salat dazu. Und schon haben wir ein wunderbares Gericht, was auch super gesund ist dazu. Also wenn euch das Gericht gefallen hat, würde ich mich wirklich freuen auf einen Daumen hoch. Und wenn ihr natürlich auch meine Videos weiter teilen würdet. Das würde mir auch sehr viel Freude machen. Und ich bin auch gespannt auf eure Kommentare. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!